Willkommen zurück bei Cyberpunk 2077 und weiter geht's. Wir müssen reden. Äh... Da. Hä? Jetzt rede doch. Diese Assi-Protze. Jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Wie geht das? Sprich mit den... Mail-Streamern. Nehmt den Scheiß-Bott und verpisst euch aus meiner Fabrik. Na hallo, red doch. Was ist denn jetzt? Wenn das ne Scheiß-Falle ist, mach ich Hackfleisch aus dir. Komm schon, nimm! Ja, ist ja gut. Wir haben, was wir wollten. So. Lival ab. Und jetzt? Was ist jetzt? Sprich... Was ist denn? Oh oh. Durchquere den Tunnel. Oh Gott. Wieso, ey, ihr Stil? Wir fahren auf dem Fertigungsband. Schalt es ein. Was ist denn das da? Alles neben. Leiter benutzen. Leiter benutzen. Ich helfe euch nicht. Ich helfe mir selbst. Wenn das geschieht... Huch. Hilfe. Äh... Wie geht denn das? Was? Was ist denn das? Granate. Schön. Wie krieg ich das? Nein. 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 Quatsch. Nichts. Nichts. Was? Hä? Hä? Äh... 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 Wo ist er mein jetzt? Hä? Nein. Äh. Wo krieg ich denn eine her? Gibt es das jetzt? Ich hab keine Ahnung was ich hier tue. Oh Gott. Hüße, 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 hüße. Öffnen, öffnen. Hallo. Hau ab. Nee, hä? Nein, das ist falsch, das ist falsch, da lang. Äh, was? Wohin, wohin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was ist denn das jetzt? Wo krieg ich denn das hin? Hüße, 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 hüße. Quatsch. Jetzt hab ich, ich hab die Kamera reingefallen. Wo krieg ich denn das jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Wo war die Taste? Ich weiß die Taste nicht mehr. Ich weiß die Taste nicht mehr. Hä? Hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Wo ist denn... Hä? Ich check das nicht. Was sind denn meine Waffen eigentlich? Wo sind denn die? Nein. Warte mal. Oh Gott. M. So. Wo krieg ich die her? Inventar. Habe ich keinen oder was? Willst du mich verarschen? Warte mal. Warte mal. Ich hab das denn ernst, ey? Ich hab sie gar nicht... Toll, ich hatte sie gar nicht... Ohohohohoho. Na gut. Da kann man benutzen. Hallo? Ich muss nachladen. Er verständlich. Achso, so. Okay. Nachrichten. Sehr geehrte Frau Herr, mein Name ist Senn Doves und ich arbeite für Weed. Na gut. Brauchen wir nicht, glaub ich. lokales Netzwerk ausschalten. Wie Mut übernehmen. Nee. Was ist das da? Ach ja, Splitter. Guck mal. Nach 50 langen Jahren hat das Warten endlich ein Ende. Der dritte und letzte Teil der No-Life-Reihe wird ab morgen endlich im Handel erhältlich sein. Wie schon berichtet, sollten Spieler keine großen Veränderungen beim Protagonisten erwarten. Wir spielen nach wie vor den tatschen, wortkarken Wissenschaftler Baron Freimensch. Als Baron brechen wir zum nördlichen Polarkreis auf um. Ach was, was soll ich euch mehr verraten, wenn ihr erst in weniger als 24 Stunden endlich selbst spielen könnt. Die Grundidee mit Alice an Barents Seite und unserem treuen Brecheisen in der Hand. Da werden diese fiesen Aliens ihr blaues Wunder leben. So. Warte mal, da ist was. Nehmen. Achso, da muss ich hin. Ja, hallo, lass doch mal weiter. So. Alles nehmen. Was? Wohin? 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 Ach hier. Da ist was. Da ist auch noch Zeug hier. So. Oh Mann. Mann. Was? 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 Was zum Geiger? Äh. Nein. Bleib doch da. Ah. Wie mach ich das jetzt? Ausführen. Achso. Okay. Puh. Gottes Willen. Äh. 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 Ja, wie funktioniert denn das immer hier? Ich mach das einfach mal. Installiert. Hä? Oh oh. Da kommt jemand. Oh oh. Da kommt jemand. Heiliger. Alter du Frickse. Hä? Alter du Frickse. Äh. Warte mal. Den kann ich doch auch, oder? Da hinten. Ne, nicht genügend. Scheiße. Sag ich das, was du dann hier? Hallo Nachladen, da hab ich nix mehr drin. Noch was? Oh mein Gott. Jetzt, oder? Jetzt, 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 jetzt. Okay. Oh Mann. Nichts wie weg hier. Sag mal, was ist das für ein Spiel? Hey, da, 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 hier löschen. Dankeschön. Oh Mann. So, nehmen wir mal, erstmal, das alles mit hier. So. Warte mal, hat das noch was? Ich glaube, wir müssen hier alles aufsammeln, oder? Kann das sein? Okay. Okay. Da war auch noch was. Chip, 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 chip. Da. Okay, aufgesammelt. Da ist auch noch was. Irgend so ein X ist da. Äh. Wo? Ach, hier. Okay, hier ist auch noch was. Zack. Okay. Da vorne ist auch noch was. Essen? Nein, das wollte ich, das wollte ich doch euch. Ah, jetzt? Okay. Oh, Mann. Oh, bin ich hier schon. Okay. Warum kann man nicht speichern? Was ist denn das? Du hast doch meine Leute geschossen. Kennst du den Typ? Wir haben zuerst geschossen. Das ist für das Militech-Management irrelevant. Aber wenn du mit Stout kooperiert hättest, wäre ich jetzt vermutlich tot. Du hast mir also unbeabsichtigt das Leben gerettet. Jetzt rette ich dir deins. Wir sind quitt. Danke. Ist gar nicht so übel. Denk bloß nicht, ich mach das, um dir einen Gefallen zu tun. Man ist dir gefolgt. Aber das wusstest du sicher. Stouts Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihren. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Maelstrom ins Bett gehüpft. Und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. Klassiker. Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Ganz genau. Ich hab dafür gesorgt, dass sich das Problem gelöst hat. Geschäfte mit Maelstrom nehmen selten ein gutes Ende. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Und du? Warum bist du hier? Nun, muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Hm. Und jetzt? Achso, das war's schon. Sprich mit Jackie. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ich glaub, wir sind fertig. Was jetzt? Ah, mir reicht's für heute, kannst du mir glauben. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Der Fettsack sollte uns Shampoos ausgeben, für das, was wir heute für ihn gemacht haben. Bei logo, wie. So. So, Mission aktualisiert. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Ja. Und was ist mit der Minitex-Lacht? Gab's. Natürlich gab's aber. Royce war's scheißegal, dass du und Rick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's dort getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben Sie ab? Hat mir den Chip und die Meldstrom Kohle gegeben. Ich hab Royce gewarnt. Wir hatten nen Deal. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job. Und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay. Bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Okay. Die Übergabe ist aktualisiert. Abgeschlossen. Jawohl. Level 6. Hehehe. So. Begib dich zum Afterlife. Okay. Der Coop. Der Coop. So rum. Eiskopf. 1,3 Kilometer. Oh wei, oh wei. Ne, oben. So. Dann gehen wir hin. Mal schön hinrennen. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss ja gar nicht hinrennen. Ich kann ja das Auto holen. Kommt er jetzt? Da kommt er, oder? Nö. Nö. Wo ist das Auto? Hä? Das Auto kommt. Was ist das da? Kann ich's nehmen? Nö. Ja, ist ja gut. Chillt mal. Ah, da ist doch das Auto. Da ist er doch. Gott sei Dank. So, dann fahren wir mal hin. Warum nicht hinlaufen? Ja, ja. Ganz ruhig. So, jetzt werden wir hier aufpassen, wo wir hin müssen. Neues Gebiet betreten. Little China, okay. So lustig. Sorry. Ein kleiner Schadeli. Der Autofahrt ist ein bisschen schwammig, ne? Nicht so flüssig. So. So. Boah, wie das wackelt. Ist das eine Maut hier? Ne. Ne. Okay, da hinten. Da hinten irgendwo. Okay, dann müssen wir hier reinfahren. Wo kann ich jetzt das Auto abstellen? Dann müssen wir mal aussteigen. So. Achso, hier drin. Okay. Was gibt's Neues bei Senora Belz? Ach, du weißt schon. Mach sie ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Oh Gott. Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier in ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein nächstes Mal? Ha ha ha. Vamos. Neues Gebiet. Afterlife. Okay. Was uns aber dort erwartet, werden wir dann beim nächsten Mal sehen bei Cyberpunk. Also, bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir weiter. Tschüss.